Hallo Freunde des Scambaiting, hier ist wieder der Callcenter Crusher und im heutigen Video biete ich euch eine bunte Tüte seltsamer Scam-Anrufe an. Mal sehr kurz und mal etwas länger. Viel Spaß in diesem Video. Wie immer geht es nach dem Intro los. Ja bitte? Hallo, Schüsse zu erreichen, Herr Boldiger. Wie bitte? Wen wollen Sie sprechen? Mit Herrn Paul Trigger. Was? Paul Rüdiger ist mein Vorname. Wir kennen uns ja nicht, daher sprechen Sie mich bitte mit dem Nachnamen an. Hallo. Ja bitte? Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, hier spricht die Nathalie Wawitz. Ja. Wir rufen Sie von Crypto.com an. Sie haben Interesse auf ein Handelskonto gezeigt? Ja, das kann durchaus sein. Aber Crypto.com sagt mir gar nichts. Haben Sie irgendwo auf Crypto-Währungen Interesse gezeigt zum Handeln? Ja schon, aber Ihre Seite sagt mir gar nichts. Also wir haben natürlich viele Abteilungen, welche Werbung haben Sie denn gesehen, also wir haben, also Sie können auf alles Mögliche investieren, verstehen Sie, im Finanzmarkt und wir haben Crypto-Währungen ausgewählt. Ja. Ja. Und weiter? Mhm. Also Sie haben die Möglichkeit, mit uns ein Handelskonto zu aktivieren und mit automatischem System natürlich, also es laufen zu lassen. Haben Sie schon Erfahrungen im Finanzmarkt? Ne, habe ich nicht. Aha. Also wie möchten Sie denn anfangen? Möchten Sie mit automatischem System als erstes anfangen oder mit Finanzberater? Erstmal möchte ich wissen, mit welcher Firma ich es zu tun habe. Sagen Sie mir nochmal, wie heißt Ihre Firma? Crypto.com Crypto mit C oder mit K? Ja, mit C. Bitte? Ne, mit C geschrieben. Buchstabiert Sie? Mit C. Ja. Crypto.com Ja. Okay. Dann suchen wir. Ja gut, okay. Dann erzählen Sie mal weiter. Alles klar. Also wir haben natürlich die Möglichkeit, mit uns Ihr Handelskonto zu aktivieren. Nachdem Sie aktiviert haben, können Sie natürlich auswählen, ob Sie es mit automatischem System machen möchten oder mit einem Finanzberater arbeiten möchten. Also mit automatischem System ist es natürlich so. Nachdem Sie also aktiviert haben, werden Sie natürlich einen persönlichen Gespräch haben mit einem Finanzberater und er wird Ihnen natürlich helfen, damit Sie also Ihre Einstellungen machen können. Und danach wird es natürlich schon alleine laufen, ja. Mit Finanzberater ist es anders. Sie werden natürlich also Strategien und Analysungen von dem Finanzberater werden Sie natürlich alles bekommen, damit Sie wissen, worauf Sie investieren können, ja. Sie werden natürlich Ihre eigene Applikationen haben und Sie werden eigene Zugangsdaten haben. Was heißt, was heißt, was heißt, was für eine Applikation? Es hängt natürlich darauf an, mit welchem Handelskonto Sie anfangen. Sie haben ein Minimumpaket, wo Sie mit 250 anfangen können, mit 500 und 1000. Nachdem Sie ausgewählt haben, mit welchem Vertrag Sie weitermachen, wird sich natürlich ein Finanzberater in Verbindung setzen und Ihnen erklären, wie es weitergehen wird. Er wird Ihnen natürlich als erstes raten, ein bisschen über Sie persönlich kennenlernen, damit er weiß, wie Sie weitermachen können und wie Sie Gewinne machen können. Wie viel Sie erreichen möchten in sechs Monaten, wie viel Sie finanziell investieren können, alles Mögliche. Dann wird er natürlich in Beratung geben, was die beste Option ist. Wo sitzt Ihre Firma denn? Wir sitzen in Berlin. In Berlin? Ja. Ja, aber warum rufen Sie nicht mit einer Berliner Nummer an? Also wir rufen Sie von Internet an, damit Sie keine Kosten haben. Auch im Augenblick, Kosten hat man nie als Angerufener. Aber wir haben Kosten, verstehen Sie? Ja gut, aber das ist doch nicht mein Problem. Wenn Sie Kosten haben. Genau, deswegen rufen wir vom Internet an. Sie sitzen also in Berlin und rufen mit einer ausländischen Rufnummer an? Ja. Das ist schon mal sehr seriös. Das ist ganz, ganz, ganz na klar. Gut, okay. Also es ist so, wir haben natürlich eine Hauptfirma, die in Großbritannien liegt, verstehen Sie? Und es ist alles mit dem Internet gemacht worden, dass Sie keine Kosten haben von Ihrer Seite und wir keine Kosten haben. Weil wir rufen ja, verstehen Sie tausende Kunden täglich an. Ja gut, wenn Sie mich anrufen, dann habe ich sowieso keine Kosten. Keine seriöse Firma. Aber wir werden auch Kosten haben. Ja gut, aber das ist doch, Sie wollen doch Kunden haben. Ja. Ja, dann erzählen Sie mir nicht, dass ich meine, dass meine Kosten dadurch gesenkt werden. Das ist doch Blödsinn. Das stimmt doch nicht. Das ist ja schon seltsam. Okay, Sie sagen, Sie sitzen in Berlin. Wo sitzen Sie denn in Berlin? Ja. Möchten Sie die Adresse haben? Genau, genau. Ja, Rungerstraße 9, 10, also Postleitzahl, Rungerstraße 9, 10, 179 Berlin. Okay, gut, okay. Das habe ich soweit. Und wenn Sie in London sitzen und Sie haben in Berlin, dann sind Sie in Berlin eine Filiale haben, dann sind Sie sicherlich auch bei der BaFin gelistet, ne? Ja. Okay. Da sind Sie gelistet. Unter welchem Firmennamen da? Gibt es dort kommen. Gut, das kann ich ja mal schnell gucken. Ist ja ganz einfach. So. Wieso haben Sie mich eigentlich angemeldet, wenn Sie nicht weitermachen möchten? Nee, nee, ich möchte ja weitermachen. Haben Sie nichts davon gelesen? Einen Augenblick darf ich bitte ausreden, wenn Sie mir schon Fragen stellen? Wenn Sie mich anrufen und mich fragen, warum ich mich angemeldet habe. Ganz einfach, weil ich mit einer seriösen Firma zusammenarbeiten will und da will ich mein Geld investieren. Und wenn Sie das schon als unseriös sehen... Haben Sie aber nicht durchgelesen, was... Was sollte ich denn da durchlesen? Auf der Werbung, wo Sie reingeklickt haben. Wo Sie... Da stand dazu nichts. Interesse hatten. Das ging ja nicht weiter. So, also... Also, crypto.com bei der BaFin ist nicht gelistet. Ist nicht gelistet. Was meinen Sie? Sie sind bei der BaFin nicht gelistet. Sie sagten, Sie sind bei der BaFin gelistet. Sind Sie nicht? Ich habe das eben überprüft. Wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Ja, Sie... Wo sind Sie denn gelistet? Ganz einfach. Sind Sie bei der FCA? Fragen Sie nach... Wo sind Sie reguliert? Bei der FCA? Nein, wir sind nicht... Was meinen Sie mit... Also, reguliert? Ja, richtig. Ein Finanzdienstleister muss in Europa reguliert sein. Und wenn Sie in England sitzen, müssen Sie bei der FCA reguliert sein. Sind wir? Möchten Sie die Lizenz haben? Also, ich kann Ihnen das schicken. Na ja, das können Sie mir ja sagen. Ist doch ganz einfach. Oder Sie können es mir auch schicken. Ist ja gar kein Problem. Ich kann das ja schnell überprüfen. Können Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse? Die habe ich doch angegeben. Können Sie es nochmal wiederholen, Ihre E-Mail-Adresse, damit ich Sie es nicht schicken kann? Die habe ich doch angegeben. Sagen Sie sie doch und ich sage dann, ob sie richtig ist oder nicht. Joachim.RingsbachBergeimer, ja? RingsbachBergeimer. AdGmail.com AdGmail.com Gmx.de Gmx.de Ah, Moment. Ich werde Ihnen die E-Mail schicken. Können Sie jetzt auf die E-Mail reinsehen? Natürlich kann ich das. Gar kein Problem. Ah, Moment bitte. Haben Sie noch weitere Fragen, bis die E-Mail ankommt? Ja, na ja. Erstmal muss die E-Mail ja ankommen. Dann habe ich bestimmt noch weitere Fragen. Dann schicken Sie doch. So lange kann es ja nicht dauern, eine E-Mail zu schicken. Ah, Moment bitte. Wir müssen ja was eingeben, verstehen Sie? Ja, das können Sie ja machen. Sind Sie noch da? Hallo? Ja, ich bin noch da. Die E-Mail scheint falsch zu sein. Können Sie es nochmal wiederholen? Das ist da klein und zusammengeschrieben? Natürlich. Und die E-Mail ist richtig. Mhm. Vielleicht haben Sie ja falsch eingegeben. Buchstabieren Sie es doch einfach nochmal. Dann sage ich Ihnen, ob es richtig ist. Also, Joachim, Punkt, ja. Ja. Linksbach, Bergheimer, fgmx.de, ja. Richtig. Das ist richtig, oder? Das ist richtig. fgmx, ja? Ja. Punkt, e. Punkt, e. Also, in der E-Mail-Adresse, wo Sie auf die Werbung geklickt haben, haben Sie also fgmx.com eingegeben. Das ist eine verkehrte E-Mail-Adresse, die gibt es nicht mehr. Deswegen habe ich ja gesagt, Gibt es nicht mehr? Ja, deswegen sage ich ja, atgmx und nicht fgmx.com. Moment, ich würde jetzt gerne nochmal schicken. Und schon hat sie aufgegeben. Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Reden ich gerade mit Julia Mertens. Ja, wer ist denn da bitte? Ich bin der Mann. Ja, okay, super. Also, mein Name ist Brian Morgel, ich rufe euch von der Europäischen Hauptslande Zentrale, auch das Kapitalland, also Julia Mertens mit dieses Nummer und mit ihrem E-Mail-Adresse hat sie eine Registrierung gemacht. Ja, das kann durchaus sein, dass meine Frau das gemacht hat. Okay, also mit dieses Nummer, darum wollte ich ja auch anrufen und fragen, hat sie mal noch Interesse an Online-Adressen? Gehe ich von aus. Ich kann ja mal versuchen, sie zu rufen, wenn sie irgendwo in der Nähe ist. Okay, kein Problem, also wenn sie auch später anrufen, kein Problem. Ja, ich versuche sie mal, ob sie irgendwo in der Nähe ist. Okay, kein Problem. Ich rufe sie mal. Okay. Julia, wo bist du? Julia, komm mal. Was? Ja, sie ist, glaube ich, gerade im Bad. Okay, kein Problem, wie gesagt. Aber sie kommt ja gleich bestimmt. Oder versuchen sie es in fünf Minuten nochmal. Okay, kein Problem, so machen wir es ja. Okay. Okay, ich wünsche euch einen guten Tag. Ja, danke. Ciao, ciao. Ja, bitte. Hallo, könnte ich mit Julia Mertens sprechen? Ja, Augenblick, das ist meine Frau. Die ist, ich rufe sie mal eben. Julia? Ja, ja. Komm mal aufs Telefon, hier ist jemand für dich. Ja, Moment, Moment. Erstmal Hände waschen. Ja, sie kommt jetzt. Okay, Dankeschön. Hallo? Hallo, Fromm. Hallo? Hallo, ich höre sie nicht. Ist aber sehr unhöflich von Ihnen, jetzt einfach so. Ja, ne, sie ist raus. Ah, ist raus, okay. Ja, bitte. Hallo, guten Tag, Herr Merser-Koffer. Ich bin Eliroy, Ihre Konto-Managerin. Also, Sie sind bei uns online gewesen. Und das bedeutet, Sie haben Interesse auf den Finanzmarkt zu handeln. Und Sie wollen Geld verdienen. Stimmt? Ja, gut. Bei wem online? Sie haben ja noch gar nicht gesagt, bei welcher Firma. Also, Crypto Art. Sie haben Interesse geäußert auf unsere Werbung, Crypto Art. Und unsere Plattform lautet, äh, Current Coins. Naja, also in der Werbung habe ich... Also, Sie haben jetzt Ihre... In der Werbung... In der Werbung habe ich nichts von Crypto Art oder so gelesen. Also, unsere Plattform lautet, Current Coins. Sehen wir jetzt online, auf unserer Plattform. Sie haben Ihre Vorname, Ihre Nachname, Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse auf unsere Plattform hintergelassen. Nee, bei der Werbung... Ihr bekommt Ihre Datenautomat... Augenblick, lassen Sie mich doch auch mal was sagen. Ich habe nicht auf Ihrer Plattform Ihre Werbung hinterlassen, äh, meine Nummer hinterlassen, sondern auf einer Werbung. Und da wusste ich nicht, wo ich da lande. Auf einer Werbung? Ja, auf einer Werbung. Also... Ja, Crypto Art. Crypto Art. Das ist eine Werbung, ja? Da stand, da stand da nicht drin. Okay, dann, äh, sagen Sie mir nochmal... Wie heißt Ihre Plattform nun genau? Current Coins. Das ist unsere Plattform. Aber unsere Werbung lautet, Crypto Art. Wo haben Sie schon Ihre Daten hintergelassen? Das sagten Sie ja. Buchstabieren Sie doch einfach mal Ihre Plattform, damit ich die finde. Äh, äh, Crypto Art, da ist unsere Werbung. Wo haben Sie schon Ihre Daten hintergelassen? Verstehen Sie kein Deutsch? Ich habe alles verstanden. Hallo, ich habe gesagt, buchstabieren Sie Ihre Plattform, nicht Ihre Werbung. Current Coins. Buchstabieren. Buchstabieren. Se wie Cäsar, o wie Udo, er wie Richard, er wie Richard, er wie Emil, en wie Nordpol, te wie Theodor, se wie Cäsar, o wie Otto, i wie Ida, en wie Nordpol, es wie Siegfried, Punkt, Nordpol, Emil, Theodor. Okay, so, das haben wir jetzt. Gut, dann kann ich da ja mal gucken. Jetzt haben Sie noch Fragen? Und Sie haben schon auf... Ja, bitte. Jetzt haben Sie noch Fragen? Also, Sie haben Interesse geäußert auf unsere Werbung und ich bekomme Ihre Daten automatisch. Und das bedeutet, Sie haben Interesse auf die Finanzfrage zu handeln. Ist das richtig, ja? Ja, das haben Sie ja jetzt schon mehrfach gefragt. Und haben Sie Interesse? Ja, natürlich, sonst hätte ich mich ja nicht angemeldet. Ja, deswegen nicht zu versieren. Also, ich bin Ihre Kontomanagerin, mein Name und Nachname ist Eli Roy und ich helfe Ihnen, Ihre erste Investition tätigen auf dem Finanzmarkt und damit Sie können Geld verdienen. Aber zuerst sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich oder das ist Ihre erste Investition? Auf dem Finanzmarkt? Nein, das ist meine erste Berührung damit. Okay. Wenn Sie haben keine Erfahrung auf dem Finanzmarkt zu handeln, das ist kein Problem, okay? Weil Sie bekommen von unserer Seite professionelle Finanzexperten. Also, das bedeutet, Sie werden nicht allein auf dem Finanzmarkt sein. Ihre Finanzexperte ist immer dabei. Also, unsere Finanzexperten analysieren jeden Tag vor Sie den Finanzmarkt und Sie bekommen alle Informationen von unseren Finanzexperten, wann und mit welchem Produkt können Sie handeln. Also, das bedeutet, Sie brauchen keine Zeit am Computer sitzen, okay? Also, Ihre Finanzexperte arbeitet für Sie automatisch. Haben Sie das verstanden, ja? Das habe ich verstanden, ja. Okay. Und was ist unser Interesse? Das ist sehr wichtig. Also, wir bekommen keine Cent von Ihrer Investition. Wir bekommen von 1 bis 3 Prozent von Ihrem Gewinn. Das bedeutet, das ist Zusammenarbeit. Und natürlich, wir wollen alle unsere Kunden erfolgreich werden, weil wenn Sie bei uns Geld verdienen, wir verdienen auch Geld auf dem Finanzmarkt. Haben Sie alles verstanden, ja? Das habe ich verstanden, ja. Okay. Und dafür frage ich also, Sie wollen mit Minimum, mit 254 Euro beginnen. Das weiß ich ja noch nicht. Ich weiß ja noch gar nicht so richtig was über Ihre Firma. Sie rufen aus Deutschland an, richtig? Ja, genau. Ich bin jetzt in Berlin, aber wir haben Filialen in Österreich, in Schweiz, in Großbritannien, in Kanada, weil wir haben viele erfolgreiche Kunden. Ja, und? Deswegen haben wir Filialen in der ganzen Welt. Ja, gut. Und wo sitzen Sie in Berlin? Barschawa Straße 27. Ah, ja, okay. Dann sind Sie ein deutsches Unternehmen, richtig? Wie bitte? Dann sind Sie ein deutsches Unternehmen, richtig? Unsere Hauptsitzung liegt in London, okay? Aber wir haben Filialen in Deutschland auch. Ah, ja, klar. Wenn man in Deutschland ist, okay. Da muss man ja im Prinzip auch bei der BaFin gelistet sein, richtig? Ja, genau. Sie können auch unsere Plattform auf BaFin überprüfen. Okay, dann schauen wir da doch mal. Dann geben Sie mir, unter welchem Namen sind Sie bei der BaFin gelistet? Sie können selber auf unserer Plattform alles überprüfen. Sie haben schon unsere Plattform, ja? Sagen Sie mir doch einfach, unter welchem Namen Sie bei der BaFin gelistet sind. Current Coins. Okay, auf den Blick. Dann überprüfen wir das ganz schnell. Und nehmen Sie bitte Zeit, also Sie können alles überprüfen. Ich bin gerade dabei, ich bin gerade dabei. Ja. So, dann suchen wir mal. Keine Ergebnisse unter Current Coins. Warum sind Sie nicht bei der BaFin gelistet? Current Coins. Ja. Current Coins. Ja, richtig. Gibt's nicht bei Ihnen. Sie sind nicht bei der BaFin gelistet. Und? Ja, nicht uns. Sie haben gesagt, Sie sind bei der BaFin gelistet und Sie sind nicht bei der BaFin gelistet und reguliert. Also wir sind eine regulierte Plattform auf der Finanzbank. Aber nicht bei der BaFin. Wie gesagt, wir haben, wir haben, BaFin-Konto ist auch unsere Plattform, okay? Nein, stimmt. Stimmt nicht. Ich habe es gerade überprüft. Und alle unsere Dokumente. Sie sind also ein, ein, ein ganz normaler Scammer. Okay. Ich habe es gerade bei der BaFin überprüft. Warum denken Sie so? Weil ich es gerade bei der BaFin überprüft habe. Sag ich doch. So was kann man online überprüfen. Lassen Sie bitte Ihre Daten, aber Sie haben keine Interesse, okay? Also ich werde jetzt die Zeit mit Ihnen, okay? Also Sie sind ein Scammer. Okay, okay. Sie sind ein Scammer. Ja, bitte. Schon guten Tag spreche ich mit Joachim, äh, Ringsbach-Ber. Nein, Ringsbach-Bergheimer ist mein Name. Ringsbach-Bergheimer. Also bin ich voll verbunden, ja? Ringsbach-Bergheimer ist der Name. Was steht denn bei Ihnen da? Okay, Moment. Bei mir steht, kannst du kurz? Ringsbach-Bergheimer steht bei mir. Nee, Ringsbach-Bergheimer ist der Name. Und den habe ich auch so eingetragen in der Anmeldung. Ah, Ringsbach-Bergheimer. Ja, genau. Genau, genau, genau. Können Sie nicht Deutsch lesen? Doch, ich kann. Einfach, ich sehe in meinem System. Jetzt habe ich schon gesehen. Doch, habe ich. Gut, und wer sind Sie jetzt? Ja, ich bin Kira Olson von Handelsplattform Bitcoin, wo Sie die Anmeldung gemacht haben. Ja, und weiter? Ja, weiter, das bedeutet, Sie haben Interesse gezeichnet, Sie wollten also Geld zu investieren und Handel anfangen, oder? Ja, das ist richtig. Okay, gut. Gut, Sie wissen schon, Sie wissen schon, die minimale Summe 250 Euro ist. Sie sollen erst mal in Startkapital 250 Euro investieren. Ja, damit werden Sie bei uns an den Anfragen. Ja, und weiter? Also, machen Sie Spaß, oder? Nein, wieso? Sie wollten... Wieso? Nee. Gut, dann sagen Sie mir, ob Sie... Jetzt sagen Sie mir ehrlich, ob Sie Interesse haben, oder... Sonst hätte ich mich ja wohl kaum angemeldet. Sind Sie bei uns angemeldet, genau. Habe Sie Erfahrung in diesem Bereich, oder nicht? Nee, habe ich nicht. Habe Sie nicht. Gut, nach der Aktivation, Sie kriegen von uns einen Anruf von unserer Unternehmung, ja? Das bedeutet, Sie kriegen einen Finanzberater. Er wird Ihnen dabei helfen, ja? Sie sollen erst mal die minimale Summe investieren Richtung Bitcoin, 250 Euro. Damit werden Sie bei uns verschiedene Positionen erholfen und Handel anfangen. Das sollen Sie selber machen, ja? Entweder per PayPal, oder, ja, wahrscheinlich besitzen Sie PayPal-Konto. Oder können Sie auch online Überwachung zu testen. Und Sie sollen die Transaktion selber von Ihrer Seite bestätigen. Nach der Bestätigung, 250 Euro wird automatisch abgebucht und auf Ihrem Handelskonto gutgeschritten sein. Soweit alles klar? Soweit alles klar. Sehr gut. Dann sagen Sie mir bitte, ob Sie ein Konto eröffnen möchten, mit 250 Euro anfangen möchten, oder nicht? Ich dachte, das Konto habe ich gerade eröffnet. Sie haben bei uns Konto, aber es ist noch nicht aktiv. Sie sollen erst mal Geld investieren und damit werden Sie bei uns Handeln anfangen. Ah, ich soll erst investieren und ich weiß ja noch gar nichts über Ihre Firma. Sie haben ja noch gar nichts gesagt über Ihre Firma. Unsere Unternummer heißt Current Coins. Aha. Genau. Gut, okay. Und wo sitzt diese Firma? In Berlin, wir arbeiten für die Freiländer, Deutschland, aus der Reichen, Bescheid. Aber Sie rufen hier gerade aus der Schweiz an, richtig? Ja, es ist ein Konzenter. Deswegen haben wir verschiedene Telefonnummer. Weil wir für die Freiländer arbeiten. Ah ja, okay. Gut, okay. Ja und? Sie handeln in Deutschland, dann sind Sie ja mit Sicherheit auch dann registriert irgendwo und reguliert irgendwo, richtig? Richtig. Und? Noch Fragen? Ja, wo sind Sie denn reguliert? Also, wenn Sie sich, wenn Sie sich, Moment, wenn Sie sich bei uns registriert haben, ja? Was war Ihr Ziel? Was wollten Sie damit machen, wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse und die Telefonnummer eingegeben haben? Na, wozu sollte ich mich denn registrieren, außer um Geld zu verdienen? Und warum haben Sie das nicht gelesen? Über uns. Was habe ich nicht gelesen? Über uns. Ja, da steht aber nicht, wo Sie reguliert sind. Doch, dort steht. Sie sollen jetzt... Ja, dann sagen Sie es mir doch einfach. So einfach kann man das doch machen. Wenn ich frage, können Sie doch antworten oder nicht? Nee, nee, schauen Sie. Können Sie nicht. Fragen und antworten geht nicht. Möchten Sie bei uns investieren? Möchten Sie bei uns Handeln anfangen oder nicht? Wenn nicht, dann... Ja, schönen Tag. Ciao. Ja, also ganz ehrlich, bevor Sie mir nicht sagen, welche Firma und wo Sie reguliert sind, werde ich bei Ihnen sicherlich nichts machen. Sie können... Sie wollen also nicht dran folgen? Sie sollen es im Internet finden. Doch, ich darf nicht tragen. Tschüss. Ja, bitte. Guten Tag. Spreche ich mit Joachim Melsack-Klopfer, ja? Ja, wer ist da? Hey, Joachim. Ich bin Dario Koronel von der Deutschen Börse-Gruppe. Ja, ich kontaktiere Sie bezüglich Ihre Online-Registrierung und Ihre Interesse an Kryptobörsen. Ja, und? Herr Joachim, soweit ich weiß, interessieren Sie sich für den Online-Handel, ja? Das ist richtig. Sonst hätte ich mich auch nicht angemeldet. Aber wer, wie haben Sie sich angemeldet? Aber Ihre Daten ist bei uns, ja? Sie haben Ihren Namen, Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, alles eingegeben. Äh, sind Sie der deutschen Sprache mächtig? Ja. Ne, sind Sie nicht. Ich hatte gesagt, ich... Sonst hätte ich mich nicht angemeldet. Ich habe nicht gesagt, ich habe mich nicht angemeldet. Okay, deswegen frage ich Sie. Sie haben sich nicht angemeldet, aber... Sie verstehen gar kein Deutsch. Sie wollen bei der deutschen Börse sein und verstehen gar kein Deutsch? Sie hören gar nicht, was ich sage. Ja, und? Ja, und? Dies war also die erste Hälfte der bunten Scammer-Tüte. Im nächsten Video gibt es Teil 2. Wer mag, kann diesen Kanal gerne abonnieren und die Glocke drücken, um auch die nächste bunte Tüte nicht zu verpassen. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin, lasst es euch gut gehen.